Es wird immer absurder und wirkt nur noch hilflos. Die neuen Regeln sind einfach nur noch verrückt. Maske auf, auch auf dem Parkplatz. Doppelt so viel Abstand im Einzelhandel. Betriebe sollen über Weihnachten dicht machen, aber gleichzeitig Urlaubsverbot. Alles um Kontakte weiter zu reduzieren, aber nur bis Heiligabend. Dann wird gelockert bis Silvester. Das alles hat mit gesunden Menschenverstand nichts mehr zu tun. Die Politik hat sich verrannt und kommt nicht mehr raus. Nur auf die Zahl der positiv Getesteten zu starren, bringt nichts. Kritische Stimmen gibt es immer mehr, aber sie werden nicht gehört. Mit der Arroganz der Macht wird einfach weitergemacht. Mit Aussperren, Runterfahren, Beschränken, Reduzieren. Vernunft, Fehlanzeige. Stattdessen weiter Angst und die schrille Warnung vor überfüllten Krankenhäusern mit immer mehr Toten. Jeden Tag so viel wie bei einem Flugzeugabsturz, sagt der bayerische Ministerpräsident. Das ist vorsätzliche Panikmache. In Deutschland sterben jeden Tag etwa 2600 Menschen. Immer. Auch ohne Corona. Mal mehr, mal weniger. Zuletzt übrigens weniger. Im Oktober dieses Jahres gab es bei uns weniger Tote als vor einem Jahr trotz Corona, sagt das Statistische Landesamt. Und die Intensivstationen haben viele Betten frei. Seit Wochen. Aber ebenso lang wird vor einer Überlastung gewarnt. Den Wahnsinn stoppen können nur die Politiker, wenn sie denn wollten. Nicht mit mehr Regeln, sondern ganz einfach mit der Rückkehr zu Vernunft und Augenmaß.